Morgen, Morgen! Morgen ist Stretching, Sonntag ist frei, deswegen heute ordentlich Oberschenkel. Ja, mal gucken, dass wir Freitag mal so ein bisschen oben durch die Kniebeuge ausweizen, belasten, wie auch immer. Heute eine ganz einfache Nummer, Kniebeuge halten hat man früher auch schon mal. Das heißt, ihr geht runter und guckt bitte wirklich, dass ihr in die Parallele kommt und auch wenn es schwer fällt, hier so aufrecht wie möglich. Also nicht auflegen, sondern guckt, dass ihr, ich sag mal, so wie ihr es persönlich schafft, euch so aufrecht wie möglich hier stellt. Dann haltet ihr die so lange, wie ihr könnt. Und wenn ihr das nicht mehr könnt, kommt ihr hoch, guckt auf die Uhr, ihr solltet immer an der Minute orientieren und der Rest von der Minute ist eure Pause. Solltet ihr so gut sein, dass ihr sagt, okay, ich schaff das jetzt drei Minuten, dann ist dann quasi bis zur nächsten vollen Minute eure Pause. So, okay, bevor ihr die nächste Serie anfangt. Aber ich denke mal, die meisten von uns werden mit der Minute gut zu tun haben und hinten raus, wenn ihr dann noch die 15 Sätze durchzieht, dann wird wahrscheinlich die Zeitspanne, die ihr halten könnt, sowieso deutlich unter 30 Sekunden fallen. Guckt, wie ihr sagt, dass ihr 5 bis 15 Runden in irgendeiner Art und Weise schafft. Haltet es so lange wie möglich, auch wenn es brennt. Und denn dann fällt auf. Und dann fällt es gleich. Und dann fällt es gleich. Und dann ¡Gras! Und dann fällt es gleich.